Ja, bitteschön, mit wem spreche ich denn da? Ja, hallo, guten Tag, Mandy Brandt-Gewinn, Spielservice-Sovendor, Herr Maximilian Schwengel. Bin ich da richtig? Ja. Ja, hallo. Guten Tag, Herr Habeck. Ja. Mein Name ist Tim Bellof. Herr Roberto Habeck, ich habe Ihre E-Mail und Telefonnummer bekommen. Hier steht, dass Sie das Interesse an Online-Handel haben. Wo haben Sie denn die Daten herbekommen? Sie haben sich Tetherbank registriert. Bei Crypto.com, bei Frau. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Absoluter Wahnsinn. Ihr habt es gehört. Heute gibt es mal ein bisschen was anderes an der Leitung. Vom Herrn Schwengel. Naja, und der Herr Habeck ist auch wieder dran. Der Herr Habeck hat allerdings wieder mit den Trading-Betrügern zu kämpfen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen neuen beiden Telefonaten. Ja, bitteschön. Mit wem spreche ich denn da? Ja, hallo. Guten Tag, Mandy Brandt. Gewinnspielster bis zur Wendor, Herr Maximilian Schwengel. Bin ich da richtig? Ja. Schön, dass Sie gleich erreiche. Sie hatten sich am Internet angemeldet gehabt am 24.6.15 Uhr und Sie haben einen Gutschein gewonnen von Trentos, dem Reiseveranstalter im Wert von 300 Euro. So, die Unterlagen bekommen Sie nach Hause geschickt in den nächsten 10 bis 14 Tagen und dafür würde ich nur noch die Adresse mit aufnehmen. Wie lautet denn die Straße? Braunschweiger Straße 77. Und die Postleitzahl? 1, 2, 0, 5, 5, Berlin. Und Ihr Geburtszeit? Das ist der 17.07.92. Die Telefonnummer wurde ja mitgesendet. Genau. Also wie gesagt, 10 bis 14 Tage sind die Unterlagen dann bei Ihnen. Und der Ort war jetzt? Ach, Berlin. Berlin. Okay. Und ein wenig Glück hatten die allerdings noch zusätzlich bei uns. Sie waren nämlich unter diesen ersten 180, die den Gutschein gewonnen haben, weil für die ersten 180 haben wir noch eine schöne Bonusrunde, die will ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Die nennt sich Premium-Tipp 49 Pro und geht am 15. August nämlich auch erst los. Und hier nehmen Sie dann zum einen jede Woche Samstag und jede Woche Mittwoch mit 119 Computer-optimierten Tipps rein, inklusive 10 mal dem Spiel 77 und 10 mal Super 6 am Spiel um den großen Lotto-Checkportal. Das heißt, Sie verpassen hier keine Ziehung und spielen jede Woche mit bildlich gesehen 20 ausgefüllten Lottoscheinen. Also sprich 238 Tipps die Woche. Und das in unserer kleinen Gemeinschaft von nur 180 Teilnehmern. Und zusätzlich haben Sie noch die Möglichkeit, mit der Premium-Karte-Pro-Sparprogramm Punkte zu sammeln. Sie erhalten für jeden gespielten Monat 725 Bonuspunkte. Und Sie sparen nur noch im Internet bei über 6000 Unternehmen bis zu 25% Rabatt. Also von Mediamarkt über Saturn, aber auch ATU, Baumärkte, Ebay, Amazon. Ist für jeden was mit dabei. Kann natürlich die ganze Familie auch mitbenutzen. Läuft dann so lang, wie das Gewinnspiel läuft. Also die wahnsinnig tollen Gutscheine, von denen hier die Rede ist, sind nichts anderes als Gutscheine, die man auch im Internet direkt bekommt. Ihr kennt ja vielleicht diese Gutschein-Webseiten. Und was anderes ist es tatsächlich nicht, was man hier bekommt. Den Gutschein von dieser komischen Gutschein-Webseite. Mehr Inhalt steckt da eigentlich nicht drin bei dem Ganzen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, so wirklich Rabatt bekommt ihr da auch nicht. Ihr bezahlt eigentlich nur das, was alle anderen auch bezahlen, die halt über diesen Gutschein-Link kommen. Das ist einfach nur Wahnsinn. Und dass das überhaupt nur im Ansatz irgendwie funktioniert. Tja, aber es hört sich erstmal toll an, dass man hier bei den ganzen großen Unternehmen den Gutschein einlösen kann. Ob das nachher so stimmt, ist auch wieder sehr, sehr fraglich, ob man den Gutschein überhaupt bei den Unternehmen benutzen kann. Denn wenn ja, dann, naja, sollten die Unternehmen definitiv irgendwas an ihrer Promotion tun. Denn solche Gutscheine sind grundsätzlich nichts wert. Wie diese Reisegutscheine, die man immer wieder hört, ja, kostet es am Ende dann doch das Gleiche, wie es vorher gekostet hätte. Und so ist es mit diesen Gutschein-Webseiten in den allermeisten Fällen auch. Da steht zwar was von 20 Prozent und ein teurerer Preis, aber geht man direkt auch so auf die Webseite, ist es eigentlich nicht anders. Tja, denn diese Gutscheine kann man ja nicht direkt einfach überall irgendwo einlösen. Wenn, dann müsste man ja diesen Wertgutschein in Geld bekommen. Und das bekommt man hier nicht. Beim Rentenlotto sind Sie auch noch mit dabei, Herr Schwengel. Und das Gewinnspiel, das wie gesagt, geht dann auch im August erst los. Sie selber brauchen nichts zu machen. Es läuft alles automatisch. Da haben Sie dann jede Woche Samstag und jede Woche Mittwoch 10 Lottoscheine für 2,41 Euro pro Zium. Normalerweise kostet ja ein Schein schon 16, 17 Euro bei 12 Tips. Und hier haben Sie 20 Lottoscheine die Woche. Also viel mehr Gewinnchancen. Das sind nämlich bildlich gesehen 80 Lottoscheine im Monat für 59,50. Und mit dieser doppelten Treffergarantie kann man gar nicht leer ausgehen. Sie haben definitiv viermal die Woche einen Treffer. Und Sie bekommen das Ganze von uns, Herr Schwengel, in Originalunterlagen auch nochmal nach Hause. In den nächsten 10 bis 14 Tagen. Und ich nehme mir für Ihren eigenen persönlichen Tipp dafür nur nochmal sechs Zahlen auf, die dann jeden Samstag mit dabei werden, in den Unterlagen auch mit drinstehen. So ganz spontan sechs Zahlen, Herr Schwengel. Kriegen Sie ein paar zusammen oder wollen wir den Zufallsgenerator nehmen? Was meinen Sie? Tja, und auch diese Gewinngarantie, die hier versprochen wird, ist nichts anderes als Fake. Denn, naja, klar werdet ihr da gewinnen. Ja, aber so ist dann automatisch auch diese Geld-Zurückgabe-Garantie für einen Poppes. Denn, naja, auch ein Gewinn von einem Cent ist theoretisch erstmal ein Gewinn. Und damit ist dann diese Geld-Zurück-Garantie, wenn man nichts gewinnt, hat sich ja dann automatisch erledigt. Tja, und so macht man dann halt eben Verlust. Wenn ihr viermal einen Cent oder so verdient oder gewinnt und keine Ahnung, was ihr da im Monat bezahlen sollt, es ist definitiv ein Minusgeschäft. Irgendwas rausholen kann man hier nicht. Denn eins ist gewiss, wenn euch irgendjemand anruft und euch irgendwas Schönes mitteilen möchte, ja, der wird euch nicht anrufen, um euch irgendwie Geld zu schenken. Die Menschen, die rufen euch an, weil sie mit euch Geld verdienen möchten. Und das ist einfach, die Welt funktioniert so. Ohne Bezahlung, keine Leistung. Ist ja logisch, dass ich da einfach sowas verteilen kann, warum auch immer. Ja, es gibt Gewinnspiele, wo man einfach was gewinnen kann. Aber dann muss ich dafür keine Gegenleistung erbringen. Ich muss einfach nur daran teilnehmen. Dann gibt es ja auch bei YouTube, keine Ahnung, ja, dass YouTuber irgendwelche Gewinnspiele machen. Da müsst ihr Abonnenten sein und dann kriegt ihr da irgendwas und das war's. Das ist dann ein ganz normales Gewinnspiel. Hat aber auch immer den Hintergrund, dass man ja seinen YouTube-Kanal damit zum Beispiel eben pushen möchte und mehr Abonnenten bekommen möchte. In diesem Fall ist es vielleicht nicht verwerflich. Es ist ein ganz normales Gewinnspielleben. Man sammelt halt viele Leute, damit viele Leute kommen und an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Und man hofft halt natürlich dann als YouTuber, dass die Leute eben dann auch nach dem Gewinnspiel noch da bleiben. Hier geht es aber ausschließlich um Geld. Hier geht es nicht um irgendwelche Klicks zu vermehren oder sowas. Hier wollen die direkt Geld von euch, damit ihr da mitmachen könnt. Ja, aber ich dachte, ich hab schon was gewonnen. Warum muss ich denn jetzt gleich noch was bezahlen? Schauen wir mal. Von wo bis wo dürfen die Zahlen gehen? 1 bis 49, wie beim Lotto. Ach so, dann nehme ich die 3. Ja. Ja. 12. 5. Ja. 48. Ja, und eine noch. Ach nee, jetzt haben wir ja 4. 15. Ja, und eine noch. Die 0. Nee, das geht nicht. 1 bis 9. Ach so. Na, dann nehmen wir die 2. Okay, also die stehen dann in den Unterlagen mit drin. Es kann sein, dass morgen nur nochmal ein Qualitätsanruf kommt. Das wäre nur nochmal eine Zusammenfassung. Wie sind die denn morgens telefonisch erreichbar? Besser vormittags oder nachmittags? Da bin ich gar nicht erreichbar. Okay, dann am Montag? Nee, auch nicht. Ach so. Sagen Sie eine Uhrzeit oder einen Tag? Muss ich mal gucken, wenn ich wieder da bin. Was ist denn? Ich mache mir mal den Kalender auf. Ja. Am 1. Februar 23 bin ich wieder da. Wie wollen wir verreifen längere Zeit, Hirschwingel? Ja, ich hau ab. Solange wie hier der Krieg ist. Da hauen wir hier ab aus Deutschland. Ich kann auch eine Handynummer aufnehmen. Mhm. Sagen Sie mal. Ach so. Ja, warte, ich kann ja dann auch die Rufnummer einfach weiterleiten. Das wäre ja dann noch einfacher. Dann leite ich die Rufnummer einfach aufs Handy weiter, wenn das morgen sein muss oder so. Ja, okay. Also 10 bis 14 Tage sind die Unterlagen dann bei Ihnen. Und einmal im Monat, Herr Schwingel, bekommen Sie dann natürlich nochmal eine schriftliche Gewinnabrechnung nach Hause. Sie müssen jetzt nicht selber gucken, welche Zahlen gewonnen haben. Die bekommen Sie immer ganz bequem im Postkasten. Einmal im Monat. Und die Geldgewinner, die werden dann immer... Aber das kann ich ja nicht sehen, denn kann man das irgendwie auch... Kann man das dann auch ins Ausland schicken? Tja, wir haben ja denn... Ach so, das ist ja kein Umzug. Sie kommen ja dann wieder. Also es liegt im Postkasten. Haben Sie nicht jemanden, der den Postkasten leert? Den können Sie doch dann anrufen, oder? Ja, aber nur alle zwei Monate wahrscheinlich. Also wie gesagt, es geht ja nur drei Monate. Danach können Sie ja selbst entscheiden. Ja, also liegt auf jeden Fall im Postkasten. Und die Geldgewinne werden immer automatisch einmal im Monat, wie gesagt, aufs Konto gebucht. Und der Monatsbetrag, die 59,50, die brauchen Sie auch nicht zu überweisen. Die werden dann immer abgebucht während Ende des Monats. Also Ende Juli, Ende August, Ende September. Immer der letzte Tag im Monat. Und die Unterlagen bleiben ja bei Ihnen. Das heißt, ich nehme die Bankverbindung hier mit auf. Und die steht dann in den Unterlagen mit drin, Herr Schwengel. Mit welcher Bank arbeiten Sie denn zusammen? Das ist die Spaßkasse, aber ich habe die Daten gerade nicht im Kopf. Also schon absolut spannend, dieses Gespräch hier. Den Qualitätsanruf, den sie hier so zwischendurch versprochen hat, den gibt es natürlich nicht. Ihr werdet gleich noch raushören, warum. Aber es ist Wahnsinn. Die möchte hier einfach wirklich weiterverkaufen, obwohl sie weiß, dass der Kunde nicht in Deutschland bleiben wird und ja, aus Deutschland ausreist und dann für viele Monate nicht mehr da ist. Man muss noch dazu sagen, das Gespräch hier ist schon ein bisschen älter. Es ist schon ein paar Tage vor dem Schnitt hier passiert. Ich sammle ja die Telefongespräche und schneide sie dann geballt, um sie dann eben auch geballt hochzuladen, um eben keine Ausfälle auf dem Kanal zu haben. Also quasi Staffelproduktion. Dadurch liegen die Gespräche immer ein kleines bisschen auch zurück. Das heißt, ich würde mich jetzt hier eigentlich schon eine ganze Weile im Ausland befinden und hätte zwischendurch schon Post bekommen, die ich nicht lesen kann. Denn normalerweise müsste ich mir doch erstmal den Vertrag anschauen. Ich weiß, 99,99% von euch lesen sich nicht die AGBs durch. Aber das sollte man tatsächlich schon tun. Denn grundsätzlich, wenn man anfängt, die AGBs sich durchzulesen, naja, dann werden noch ganz andere Sachen unseriös. Da reden wir nicht nur von diesen Gesprächen hier am Telefon. Aber ist nochmal ein anderes Thema. Behandeln wir jetzt hier eher weniger auf dem Kanal. AGBs nehmen wir hier nicht auseinander. Aber grundsätzlich muss ich ja die Möglichkeit dazu haben, mir das Ganze mal anzuschauen, damit ich weiß, was ich da jetzt eigentlich genau tue. Ja, aber darauf zielt es ja nicht ab. Ich soll ja einfach nur meine Bankdaten geben und dann ins Ausland verschwinden, um dann an irgendeinem Gewinnspiel teilzunehmen, was sich automatisch weiterhin verlängern wird. Ja, aber da habe ich dann gar keinen Einfluss mehr drauf. Ich könnte höchstens noch feststellen, dass an meinem Konto irgendwas passiert und weiter abgebuckt wird. Interessant. Haben Sie die Kontonummer noch? Kriegen Sie die noch zusammen, die Konto? Nein. Haben Sie nicht irgendwas da in der Karte oder Kontoausdruck oder so? Ich gucke mal am Handy, ob ich da gerade was finde. Ob ich mir das da abgespeichert habe. Aber nee, habe ich nicht. Oder Online-Banking oder so? Nee, für das Konto habe ich kein Online-Banking. Sind Sie nicht zu Hause? Können Sie nicht mal nachgucken? Ja, ich sitze gerade auf dem Töpfchen. Ach so. Was mich so ein bisschen wundert, dass Sie sagen, Sie wohnen in Berlin, ja? Aber das ist ja eine ganz andere Vorwahl hier von der Telefonnummer. Ja, Internet-Telefonie. Aber das hat ja jetzt nichts mit der Vorwahl zu tun. Nö, aber kann man ja weiterleiten, oder? Aha. Sie sitzen wohl... Nee. 039. Nee, ist aber... Also die Nummer ja, aber ich bin nicht... Aha. Okay. Also ohne Bankverbindung kann ich es nicht rausschicken, Herr Schwingel? Was machen wir jetzt? Hm, darfst du noch mal ein paar Minuten anrufen? Alles klar. Ja. Ja, und die nette Betrügerin hat dann nicht noch mal angerufen. Ja, also ihr ist aufgefallen, dass die Telefonnummer nicht zur Stadt passt. Das ist tatsächlich das erste Mal aufgefallen. Denn die Telefonnummern werden von mir online gebucht. Die Vorwahlen sind dabei allerdings sehr flexibel wählbar, was sich hier nicht verstanden hat. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man Internet-Telefonie benutzt, dass man nicht zwangsläufig an seine Festnetz-Vorwahl gebunden ist in dem Bereich, wo man wohnt. Man kann diese Vorwahlen auch bei Umzügen mitnehmen oder, ja, wenn man übers Ausland bestellt, auch andere Vorwahlen wählen von Deutschland und nicht da, wo man sich ja eigentlich befindet. Normalerweise ist das so, wenn man so eine Telefonanlage bucht, dann muss man auch die Vorwahl aus seinem Ortskreis haben. Das kann man allerdings online mittlerweile legal umgehen. Ja, ob das so sein soll, weiß ich nicht, aber es klappt und funktioniert sowieso nicht. Hier ist es tatsächlich das erste Mal aufgefallen, dass wir woanders die Telefonnummer gekauft haben als in Berlin. Ja, weiß ich nicht, warum sie das jetzt direkt aus dem Konzept gebracht hat. Normalerweise interessiert es ja eigentlich den Anrufer nicht. Die Betrügerin hat sich sehr für die Vorwahl dann zum Schluss interessiert und aufgrund dessen wohl auch nicht nochmal angerufen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es mit dem Töpfchen dann irgendwann aufgefallen ist und sie dann angefangen hat zu überlegen. Naja, aber dass das Ganze Betrug ist, das wusste sie sicherlich selbst, denn sonst hätte sie vielleicht einfach nochmal anrufen können, weil wartet ja ein Kunde, der vielleicht blöd genug ist, sein Geld in diesem Unternehmen zu versenken. Nun gut, machen wir mit dem nächsten Gespräch weiter. Ja, hallo. Guten Tag, Herr Habeck. Ja. Mein Name ist Tim Bellof. Herr Roberto Habeck, Ich habe Ihre E-Mail und Telefonnummer bekommen. Hier steht, dass Sie das Interessante Onlinehandel haben. Wo haben Sie denn die Daten herbekommen? Sie haben sich Telebanken registriert, bei Crypto Combat Pro. Und von da haben Sie die Daten bekommen? Ja. Ja. Sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Und wer hat die Registerung gemacht, Herr Habeck? Was? Haben Sie selber die Registerung gemacht? Nein. Wenn, dann, welcher Idiot hat das gemacht? Weiß ich nicht. Ja, ganz genau. Welcher Idiot hat denn wohl meine Daten da missbraucht? Das ist eine sehr gute Frage. Also das ist tatsächlich die Frage, die wir uns ja hier jeden Tag stellen. Denn eins ist sicher. Es ist möglich, einfach alle Daten da einzugeben, die man möchte. Also wenn ihr bei mir in den Kommentaren eure Telefonnummer schreiben würdet, macht ihr natürlich nicht. Und euren Namen macht ihr natürlich auch nicht. Dann könnte ich die Daten einfach nehmen, eure Telefonnummer und euren Namen in irgendeiner betrügerischen Sammelseite einzugeben. Und die rufen einfach an. Naja. Und bei dem System, dadurch, dass ja überhaupt nicht überprüft wird, ob die Telefonnummer euch auch gehört, also mit dem sogenannten Double Opt-in. Also ihr gebt eure Telefonnummer ein, geht auf weiter, euer Telefon klingelt, ihr kriegt ein PIN durchgesagt oder eine SMS mit einem PIN und müsst ihn dann online wieder eingeben, um eben zu bestätigen, dass ihr auch zu dieser Telefonnummer gehört. Denn es ist zwar der Name noch nicht abgeklärt, aber irgendwie muss man euch ja ansprechen. Wichtig ist, dass die Telefonnummer euch gehört, damit man eben nicht belästigt werden kann. Der Name ist ja erstmal zweitrangig. Ja. Aber die anderen sind alle wieder schuld. Genau. Also ich schildere jetzt hier, dass meine Daten da gar nicht reingehören. Und das ist seine Reaktion. Nett. Also so stellt man sich doch ein seriöses Gespräch auf jeden Fall vor. Hey, komisch. Ein Idiot hat ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Aha. Und hat ihre Daten bei uns so geschrieben. Aha. Und sie überprüfen das gar nicht, wer das da eingibt. Ich kann das leider nicht sehen, deshalb rufe ich sie an. Aha. Aber da gibt es doch die Möglichkeit, mit einem Double-Opt-In, dass man sich vor genau sowas schützen kann. Wie schützen meine ich? Wenn sie zum Beispiel auf einer Webseite ihre Daten schreiben, ne? Warum kann sie nicht einfach so anrufen? Nein, doch. Nee. Hier steht Robert Habeck und das Telefonnummer. Ich habe sie angerufen, um zu wissen, ob es Robert Habeck ist. Ja, was darf man doch nicht. Robert Habeck darf man nicht. Nee, das ist verboten in Deutschland. Doch, darf ich. Wo steht das? Wo steht das, dass ich sie nicht anrufen darf? Das steht im Datenschutzgesetz. Sie brauchen zum Anrufen ein Double-Opt-In. Und das haben sie ja nicht. Habe ich doch. Nee. Ja, doch. Nee. Dann, wie, schau mal, Sie haben sich auf unserer Webseite registriert. Nee. Das heißt, ich habe sie nicht. Habe ich doch gesagt mehrmals. Habe ich nicht. Dann wer hat das gemacht? Ja, weiß ich doch nicht. Wie wissen Sie nicht? Jemand hat ihre E-Mail-Adresse. Jemand hat ihre E-Mail-Adresse. Und der Telefonnummer. Das heißt, das heißt, dass sie ihre Daten überall schreiten. Schau mal, das heißt, dass sie ihre Daten überall, überall schreiben. Sie fallen den Leuten gerne ins Wort. Und lassen die anderen Menschen da nicht gerne ausreden. Kann das sein? Ja, weil sie reden nicht einfach, kann man sagen. Aha. Erstens, sagen Sie, sagen Sie, dass Sie Ihre Daten nirgendwo geschrieben haben. Das heißt, keiner hat Ihre Daten. Aber jemand hat Ihre Daten bei uns registriert. Ja, aber das müssen Sie doch vorher überprüfen. Das ist unlogisch, warum Sie einfach ohne Überprüfung anrufen. Ja, also er versteht's scheinbar nicht. Ich erkläre ihm schon, wie er sich zu schützen hat mit einem Double-Opt-In. Und irgendwie überhört er ja das Ganze wieder und ist der Meinung, der Kunde muss das überprüfen. Ja, aber wie will ich überprüfen, ob ihr alle Mann meine Daten nicht missbraucht? Mal angenommen, ich droppe jetzt hier meine Daten und ihr tragt mich da alle ein. Ja. Und ist das jetzt meine Schuld, oder wie? Dass ihr mich da eingetragen habt. Also natürlich ist vielleicht meine Schuld, dass meine Daten irgendwo rumliegen, aber die Telefonnummer, die kriegen wir noch aus dem Telefonbuch raus, ne? Also das ist einfach Wahnsinn. Also mit Datenschutz hat das also überhaupt nichts mehr zu tun. Nicht mal, wenn man sich das irgendwie versucht vorzustellen. Also von Datenschutz und Sicherheit ist das ganz, ganz weit entfernt. Und ich glaube, solche Unternehmen, bei denen sollte man von Anfang an kein Geld einzahlen. Aber schön, dass er sich selber gar nicht sicher ist, wo die Daten herkommen. Außer, dass er immer wieder wiederholt, dass ich das ja gemacht haben muss. Ja, aber wenn ich jetzt hier die ganze Zeit verneine, warum widerspricht er mir denn da? Ich meine, wozu dient ja denn die ganze Kommunikation, wenn ihn doch sowieso nicht interessiert, was ich antworte? Tja, warum das so ist? Wir wissen es, warum es so ist. Es ist halt nichts anderes als Betrug. Wie kann man das überprüfen? Sieben Sie mir einfach eine Seite oder Ja, dann hören Sie doch zu. Dann kann ich es Ihnen doch erklären. Mit einem Double-Opt-In kann man das überprüfen. Wie haben Sie? Okay, schauen Sie mal. Dann suchen Sie doch einfach mal nach Double-Opt-In. Herr Habeck, ich kann mich bei Amazon sogar registrieren. Mit falschen Daten. Ja, ist aber verboten. Ich kann sogar mit Ihren Daten da bei Amazon registrieren. Ja, ist aber verboten. Wie, Amazon? Nee, wenn Sie sich mit meinen Daten bei Amazon registrieren, das ist verboten. Aber man kann das machen, ne? Ja, ist ja trotzdem verboten. Vor allem unser Kloppskopf, der sagt ja schon selber, wie es falsch geht. Dass er einfach meine Daten bei Amazon eintragen kann. Und genau das will ich ja hier gerade versuchen zu vermitteln. Dass auch irgendjemand einfach meine Daten bei ihm eingeben kann. Ja, aber das ist ja scheinbar ausgeschlossen. so wie er das hier formuliert. Das passiert nicht. Ja, also da muss man sich automatisch, wenn man bei ihm angemeldet ist, definitiv und ganz, ganz sicher selber eingetragen haben. Aha. Erzählt mir aber im gleichen Atemzug, dass Amazon angeblich unsicher wäre. Oh Mann. Also, ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt, aber es ist einfach, ja, da kriegt man doch einen Knoten im Gehirn, oder? Gut. Und wie kann man das überprüfen? Mit einem Double-Up-In. Aber bei der Amazon-Registration ist es ja auch was anderes. Es geht ja um das Telefongespräch. Das müssen Sie mit einem Double-Up-In prüfen. Doch. Ja, genau, richtig. Mann, ein Mitarbeiter von Amazon kann sich antworten fragen, ob sie das sind, oder ob sie die Bestellung gemacht haben. Man kann sogar mit einem doch machen. Glauben Sie mehr machen. Nein, das macht Amazon nicht. Das macht Amazon nicht. Nein. Es gibt viele Kunden, sie können das im Buser sehen. Das ist aber auch falsch. Sie machen eine Kalterquise. Bei Amazon geht es ja darum, wenn Sie mir gerade erklären, dass es um eine Bestellung geht. Und bei Rückfragen um eine Bestellung darf man natürlich anrufen. Bei einer Kalterquise nicht. Schauen Sie mal. Schauen Sie mal. Sie bekommen eine Rechnung von Amazon. Aber Sie verstehen nicht so richtig Deutsch, Ich habe es Ihnen ja gerade schon erklärt. Ich habe das schon verstanden. Nee, scheinbar ja nicht. Wir erklären jetzt wieder das Gleiche. Warum wissen Sie, welche Deutschkenntnisse ich habe? Welche Wörter ich verstehe? Das hört man ja. Welche Wörter ich verstehe und welche Wörter nicht? Das merkt man ja in der Intelligenz, dass die nicht vorhanden ist. Was ist die Intelligenz? Ja. Schauen Sie mal. Sie wissen nicht, welche Wörter ich verstehe und welche nicht. Warum wissen Sie, was ich verstehe oder was nicht? Das merkt man doch in der Intelligenz. Ich verstehe nicht alles. Ich verstehe nicht alles. Ja, und warum ich sie dann an? Aber ich verstehe etwas. Wir reden seit fünf Minuten. Wenn ich kein Deutsch verstehe, dann wäre ich... Schauen Sie mal, aber wir reden seit fünf Minuten. Nee, vier Minuten. Wenn ich kein Deutsch kann. Noch mal? Vier, sieben und fünf. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Jetzt. Ja, sehen Sie. Ja, sehen Sie. Ja, sehen Sie. Ja, aber Sie können ja trotzdem sagen, wenn Sie gestolten. Ja, ist egal. Hauptsache, versteht ihr eine andere? Nee, 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 nee. Das ist nicht egal. Wir verstehen einander. Ja, nö, eigentlich nicht, weil du verstehst ja nichts. Doch, doch. Nee. Doch, sie sagen, sie sagen, dass man die Daten überprüfen kann, ne? Ja, kann man ja auch. Kann man nicht. Doch. Glaube genau. Natürlich mit dem Double-Opt-In. Ja, mit dem Double-Opt-In kann man sie überprüfen. Das heißt, Ihre Daten steht im Internet irgendwo und man kann das alles überprüfen. Ja, Sie müssten das überprüfen, bevor Sie anrufen. Okay. Ich habe angerufen, um das zu überprüfen. Also, er hat angerufen, um das zu überprüfen und diskutiert aber bis aufs Allerletzte, dass ich das ja selber gemacht haben muss. Also, er erzählt mir jetzt hier gerade ganz frisch, dass er oder dass dieser Anruf dazu dient, um zu überprüfen, ob ich ich bin. Und ich sage, nein, ich bin nicht ich. Ich war das nicht. Und er sagt doch. Ja, was überprüft er denn da, wenn er doch schon seine Meinung gebildet hat? Also, es ergibt doch gar keinen Sinn. Also, weiß ich nicht. Also, irgendwie werden die Anrufe immer dümmer, habe ich das Gefühl und immer unterirdischer. Aber das hat ja auch wirklich überhaupt nichts mehr mit Kommunikation zu tun. Als diese ganze Scambator-Geschichte hier damals angefangen hat, hier mit Kai-Uwe Mayer noch und Colson davon, und da waren das ja zum größten Teil tatsächlich noch normale Gespräche. Also, wo man den Gegenüber auch verstanden hat. Aber mittlerweile hat das ja mit Verstehen und Miteinander sprechen überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist einfach nur noch bekloppt. Das, was die da von sich geben, hat überhaupt ja gar keine Wertung. Es ist einfach nur dummes Dahergesabber. Hauptsache, die haben was erzählt, aber Sinn ergibt das alles nicht mehr. Krass. Das ist ja verboten. Doch. Nein. Es ist gar nichts verboten, glauben Sie mir. Doch. Es ist gar nichts verboten. Doch. Nein. Datenschutz-Grundverordnung. Zeigen Sie mir. Zeigen Sie mir, dass du wusstest, dass es verboten ist. Nein, es ist nicht verboten. Doch. Es steht in der Datenschutz-Grundverordnung Kaltakquise machst du hier. Das ist verboten. Aber, können Sie beweisen, dass Sie die Rechstung nicht gemacht haben. Ja, das musst du beweisen mit einem Double-Opte. Nein, beweisen Sie selber, dass Sie die Rechstung nicht gemacht haben. Du musst, dass Sie mit dem Ja, sehen Sie, Sie können das nicht machen, weil Sie die Rechstung selber gemacht haben. Nein, habe ich nicht. Ey, Sie können sogar lügen. Sie möchten lügen, aber Sie können. Sie lügen doch. Sie lügen doch. Nein, ich lüge nicht. Mein Name steht Robert Hapit von diesem Telefon. Sie können ja nicht mal Deutsch. Deutsch kann oder nicht. Aber ich bin nicht so dumm wie Sie. Nee, dumm bist du, weil du kannst kein Deutsch. Ist egal, ob ich Deutsch kann oder ich Deutsch bin. Schreibe sie gerade. Du kannst ja nicht mal die Gesetze. Und du arbeitest mit dem Callcenter, dann musst du doch die Gesetze wissen. Du bist kriminell. Welche Gesetze? Welche Gesetze? Wenn ein Idiot sich irgendwo registriert, dann sage ich, dass ich die Rechstung nicht gemacht habe. Dann darf man da nicht einfach anrufen. Darf? Nein. Ja, ich muss überprüfen, ob Sie einen Kunden haben oder einen Idiot haben. Nein. Schauen Sie mal herab. Nein. Sie, was meinst du? Nein. Das ist falsch. Was meinst? Das ist falsch. Was ist falsch? Das ist falsch. Ich muss jetzt überprüfen, ob Sie ein Idiot sind, oder nicht. Das darfst du gar nicht. Nein. Dafür brauchst du ein Dabend. Warum du? Reden wir selbst für du? Ja, du bist für mich du. Nein, warum? Ja, ist mir doch egal. Möchte ich darüber aufstehen? Die mir egal. Die mir egal. Mir ist das egal. Am Anfang haben Sie mit mir nicht für du gesprochen, aber gesprochen. Ja, aber du bist ja nicht mehr mehr. Also von daher kann ich daraus zuwechseln. Was? Dich kann man doch nicht ernst nehmen. Das ist doch Kindergarten, was du da fandest. Warum kann er so? Wenn ich mir stelle, einfach eine Frage. Wer hat diese Scheiße Reaktion gemacht? Ich habe gesagt, keiner hat meine Daten und jemand hat die Reaktion gemacht. Wenn man, wenn ich keine Hand anrufe, kann ich nicht anrufen. Also es ist ja schon höchst interessant, wie er sich hier die ganze Zeit jetzt aufregt und immer weiter aufblustert und immer mehr der Meinung ist, er ist da im Recht mit dem, was er da tut. Er ruft einfach die Leute an, ohne einen Double-Opt-In zu haben, ohne eine Erlaubnis zu haben und ihnen interessiert das überhaupt gar nicht. Der will mit dem Kopf durch die Wand. Ja, aber was bringt es ihm? Eigentlich ist es ja jetzt hier wirklich nur Zeitverplempern. Der hat doch jetzt hier mitbekommen, dass er bei uns kein Geld verdienen wird. Aber dem Anschein nach versucht er es ja irgendwie weiter. Ich meine gut, man kann jetzt vielleicht noch sagen, dass er versucht, den guten Ruf seiner Firma zu wahren, aber naja, mit gutem Ruf hat das ja hier alles auch nichts zu tun, was er da versucht. Ich finde es einfach nur absolut Wahnsinn, dass die wirklich nicht aufgeben und es immer weiter und weiter und weiter probieren, auch wenn da die Erfolgschancen nicht so besonders groß sind. Hauptsache man hat den Kunden noch ein bisschen weiter am Telefon belästigt. Vielleicht scheint es ja dann doch bei dem einen oder anderen zu funktionieren, wenn man nur geduldig genug ist und, naja, die Zeit weiter verstreichen lässt. Weiß ich nicht, aber argumentativ ist er doch hier eigentlich schon seit Anfang an am Boden. Naja, immerhin hat er Kampfgeist, um irgendwie Geld zu verdienen. Na, man soll es ja alles irgendwie dann doch positiv sehen, ne? Wobei das hier schon echt schwierig ist, hier noch irgendwas Positives von den ganzen Gesprächen abzugewinnen. Das Einzige ist, dass wir euch hier informieren. Das ist das Ziel und der Sinn der ganzen Geschichte. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie eure Erfahrungen mit den Betrügern sind, falls ihr schon das ein oder andere Gespräch mal an der Leitung hattet. Schau sie mal, sie sagen, sie sagen, dass keine Daten hat. Aber jemand hat die Rechnung gemacht. Ja, und? Aber das musst du doch überprüfen. Sie überprüfen, ich sehe nicht, welcher Idiot das auf dieser Webseite geschrieben hat. Da muss man aber mit einem Double-Opt-In prüfen und damit kann man prüfen, ob die Rufnummer überhaupt zu der Person gehört, die sich eingetragen hat. Also die Rufnummer kann man jederzeit ändern. Es gibt auch, es gibt, es gibt SIM-Karten oder andere Telefonnummer. Sie können zum Beispiel statt, statt HBG, HBO schreiben. Das hat ja damit nichts zu tun. Das hat ja damit nichts zu tun. Google doch mal Double-Opt-In, dann weißt du doch, was Double-Opt-In ist. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe schon gesagt, bei Amazon kann man jeder schalte Namen schreiben und jeder schalte bestellen. Das ist falsch. Das ist auch falsch. Ich kann das beweisen. Das ist komplett falsch. Das ist komplett falsch. Sie haben Angst. Sie haben Angst. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine, da habe ich bestellt und dann hat Amazon auch nichts anzurufen. Amazon, jetzt hör doch mal auf, um mal dazwischen zu labern. Schau mal. Die, die beide sind Webseite. Mach doch mal deinen sinnlosen Gesichtsflitz zu, weil da kommt doch nur Scheiße raus. Herr Rabeck, das, was du erklärst, ist falsch. Sie sind aber dumm, ne? Also, dumm bist ja du, weil du erklärst es falsch. Sie sind dumm. Dumm ist ja nicht. Dumm nicht du. Dumm bist alle. Ausschließlich du. Nein, nein, nein. Schau mal, ich sage sie, nicht du. Sie sind dumm. Ja, du bist dumm. Robert Rabeck ist dumm. Schreibe genau hier, was Robert Rabeck dumm ist. Ja, ich weiß, dass du dumm bist. Das habe ich ja keine Intelligenzbehandlung, das beweist du ja die ganze Zeit, weil du laberst ja wirklich nur Müll. Da kommt ja nur Scheiße beraus. Wenn ich bei Amazon was bestellt habe, haben die natürlich das Recht nicht anzurufen, wenn sie eine Nachfrage haben, aber du nicht, weil mit dir habe ich keine Geschäftsbeziehung, also darfst du nicht einfach anrufen. Du hast das Fäsche bei uns gemacht, der hat sich registriert. Warum lügst du? Warum lügst du? Du lügst doch. Du bescheinst die Leute. Idiot, steht hier ihre Telefonnummer und ihre Name. Ja. Du bist Idiot? Ja, die Daten habt ihr halt illegal eingekauft, ne? So ist das halt. Nein. Doch? Nein. Doch? Nein. Doch? Woher weißt du, dass wir das Einkauf haben? Ja, weil du ein Betrüger bist und kriminell bist. Nein, 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 nein. Warte mal. Warte mal. Du hast gesagt, das wäre die Daten. Deine Intelligenz kann ich ja auch nur zu den Betrügern, weil Intelligenz das wäre auch nicht. Schau sie mal. Idiot. Du hast gesagt, dass wir die Daten eingekauft haben. Kannst du das beweisen? Ja, kannst du das Gegenteil beweisen? Weil dann brächtest du ein Double Option. Kannst du beweisen, dass wir ihre Daten gekauft haben? Ja. Hast du gesehen, wie wir ihre Daten bezahlt haben? Ja. Wie? Ich kann das beweisen, weil der, den du da anrufst, der existiert. Nein, nein, beweis jetzt einfach. Wie, wann und wie viel haben wir für ihre Daten bezahlt? Ich bin gar nicht in der Beweispflicht. Du musst mir beweisen, dass du bei mir anrufen darfst und daher durch das sage, dass du das nicht darfst, kannst du es auch nicht verweisen? Idiot. Idiot. Du sagst unlogische Sachen eigentlich. Ja, ja, du sagst unlogische Sachen, weil alles, was aus deinem Gesicht kommt, ist ja... Es ist einfach nur unterirdisch. Tja, das Gespräch hat der nette Betrüger hier dann jetzt abgebrochen. Was halt ja auch tatsächlich von Anfang an überhaupt, ja, im Kern schon keinen Sinn gemacht. Ich find's einfach nur noch schrecklich. Tja, vor allem ist ja sehr, sehr witzig, sobald so ein Betrüger wieder nicht weiter weiß, wird er dann doch irgendwie beleidigend. Zumindest hat er hier mal ein paar neue Beleidigungen verwendet und nicht immer die Standardwörter, die wir hier schon, ja, sehr, sehr oft am Ende der Gespräche gehört haben. Tja, aber es ist einfach so. Tja, wer keine Vernunft mehr hat, da schaltet wohl das Gehirn dann irgendwann aus und dann kommt da nur noch Müll raus. Wahnsinn. Tja, wer möchte, kann gerne mal auf Facebook auch vorbeischauen. Auf Facebook sind wir auch mit dem Kanal vertreten. Da gibt's hin und wieder auch mal ein kleines Kurzvideo. Und immer die Informationen, wenn hier ein neues Video online kommt. Den Link findet ihr direkt in der Videobeschreibung oder direkt auf der Kanalseite von Callcenter Abzocke. Ich bedanke mich, dass ihr wieder vorbeigeschaut habt. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.